Die zwei wichtigsten Botschaften der Welt an alle Christen sind die Erfüllung des Missionsauftrags macht alle Menschen zu Jüngern durch die Predigt des Evangeliums und verkündet die Wiederkunft Jesu. Schau nicht allzu viele Nachrichten, es ist nur alles Erfüllung der Schrift. Predigt das Evangelium und predigt, dass Jesus bald wiederkommt. Halleluja!